Happy Birthday, Dieter Bohlen. Der Pop-Titan wird heute 69 Jahre alt. Dieter Bohlen wurde in den 80ern mit dem Duo Modern Talking berühmt. Mit Hits wie You're My Heart, You're My Soul oder Sherry Sherry Lady stürmten Dieter Bohlen und Thomas Anders die Charts. Außerdem produzierte Dieter Hits für andere Künstler wie Andrea Berg und Nino De Angelo. Von 2002 bis 2021 saß Dieter in der Jury von DSDS. Nach einer Pause sitzt er 2023 in der 20. und letzten Staffel erneut in der Jury. In Carina Walz, mit der er seit 2006 liiert ist, hat Dieter die große Liebe gefunden. Alles Gute, Dieter.